Ein Turben fehlt uns noch. Oh, viele Geschütze. Ach, es kommt mir vor, als wäre ein Kind. Unmöglich. Das sieht aus als unfassbar. Ich registriere ein hohes Maß an Geisel-Event. Seien Sie vorsichtig. Was soll ich denn hier scannen? Hm. Pathfinder, ich mache grob... So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Pathfinder, wie es scheint, wurde die Geisel in ganz Helios durch die Energiewellen aus diesen Krack angespeist. Was auch immer hier passiert ist, war also verantwortlich für den Ausbruch der Geisel im gesamten Cluster. Ja, Pathfinder. Die Geisel hat hier ihren Ursprung? Bei den Relikt-Schöpfern? Oder sie wurde gegen sie eingesetzt. Und beide Geisel Lords. Die Geisel bin ich nicht in der Suche? Die Geisel sind nicht in den Nachdenkreis. Die Geisel sind in den Schöpfern. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder da drin abholen müssen. Komm schon, nicht jetzt! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Also die andere Konsole ist es aber nicht, wo ist denn das Muster, das wir gesehen haben, warte mal. Ach so, dann die hier drüben. Ich glaube sie haben den Dreh raus. Ok, dann bleibt er nur noch die Wütebrüche. Das sollte jetzt funktionieren Pathfinder. Provisorische Reparaturen sind abgeschlossen. Mal sehen, ob es funktioniert hat. Übersetze. Flugkontrollsysteme online. Willkommen Administrator. Also mir gefällt das irgendwie auch grad nicht. Das gefällt mir nicht. Wir sollten verschwinden. Die Systeminstandsetzung hat offenbar etwas in der Nähe reaktiviert. Das sehe ich, Sam. Und es beunruhigt mich. Übersetze. Erkundungsschiffe in Bereitschaft. Das sind die ersten betriebsfähigen Relikschiffe, die wir sehen. Sie sagt, sie empfängt keine Befehle des Meridian Antriebs. Ah. Meridian Antrieb. Sam, weißt du was? Die werden uns Ärger machen. Tja, wir dönen aber auch. Achtung! Die Relikte sind aufgewacht! Leider. Ich habe einen Energiestoß auf den Strams entdeckt. Der Fektor, in dem sie sind, hat geleuchtet wie im Karneval. Dann haben diese Relikte aber ziemlich beschissene Karnevalsumzüge. Was ist los? Was sind sie alle? Ich kann jetzt nicht drehen! Wichtig. Das Sicherheitssystem ist aus. Wir sind hier fertig. Vermutlich warten die Ketter draußen auf uns. Also bleiben Sie wachsam. Verstanden. Das klingt nicht gut hier hinten. Das ist fantastisch. Ich bin wirklich froh, dass ich das miterleben darf. Ich bin wirklich froh. Ich bin wirklich froh. Die Relikte habt ihr vergessen, was? Arschgeigen. Hoffen wir, dass die Relikte die Kämpfe gleichkriegen? Ich bin wirklich froh. Ich bin wirklich froh. Ich bin wirklich froh. Ich bin 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 froh. Max, ist was beschädigt? Können wir die Systeme wieder instand setzen? Tut mir leid, Pathfinder. Die Systeme sind intakt, suchen aber nach einer Komponente, die anscheinend nicht vorhanden ist. Was soll das heißen, sie ist nicht vorhanden?! Moment, Pathfinder. Ich habe etwas entdeckt. Tabadona Vera. Ansollaran Assa Voltafganye. Vera Eras. Übersetze. Letztes Administrator-Log. Die Waffe des Feindes könnte enorme Schäden anrichten. All unsere Waffen und Schiffe werden uns und mein Ziel nicht schützen können. Wir trennen Meridian vom Befehlskern und lassen ihn hier, um den Beschuss auf sich zu lenken. Meridian enthält das ganze Werk der Jordan, nichts anderes zählt. Ich schicke es fort. Wir können eines Tages zurückkehren und die Erneuerung fortsetzen. Ende des Wachs. Der Arschon lag falsch. Das hier ist nicht Meridian. Meridian ist fort. Wir müssen es irgendwie zurückrufen. Wir haben Gesellschaft. Back hier! Okay. Okay, los. Verschwinden wir von hier. Sam, such einen Ausgang, der uns von den Kett wegführt. Es gibt nur den einen Ausgang, Pathfinder, aber die Reliktstadt besitzt Verteidigungsanlagen und dies ist ihre Kommandozentrale. Verteidigungsanlagen? Natürlich. Wir setzen sie ein. Wir setzen sie ein. Jasen! Hier. Das war's. Der Arschon will diesen. Vernichtet den Rest. Vorsicht! Das ist eins von denen, die sich tagen können. Ich hasse diese Dinger! Ich habe die Anführerin aus den Augen verloren! Ich wusste sofort, als ich sie sah, dass diese Kent Ärger bedeuten! Nein, das werden doch Meridian nicht aufgeben! Wenn wir alle sterben, spielt das auch keine Rolle mehr. Ich habe die Anführerin! Ich habe die Anführerin aus den Augen verloren! Hat der Arschon jetzt etwa alle seine Handlanger auf uns gehetzt? Kann das noch schlimmer werden? Koloss im Anmarsch! Ich habe die Anführerin aus den Augen verloren! Ich habe die Anführerin aus den Augen verloren! Ich habe die Anführerin aus den Augen verloren! Was soll man denn hier noch untersuchen? Was soll man denn hier noch untersuchen? Du willst dich für besonders... ...geschickt, was? Nee... Hab dich! Und vergessen sie den Rest der... ...Kett nicht! Tempestern Boden-Team, alles okay bei Ihnen? Ja, uns geht's gut! Wir haben alles aus dem Orbit mit angesehen! Es war unglaublich! Die gesamte Stadt ist erwacht! Die Scans haben völlig verrückte Daten geliefert! Und die Cats ziehen sich zurück! Was auch immer Sie gemacht haben, Ryder, es hat funktioniert! Ein vollständiger Rückzug? Sehr schön! Gibt es irgendetwas Neues zu Meridian? Konnten Sie es schon aktivieren? Das hier ist nicht Meridian! Oder zumindest nicht alles! Es ist schwer zu erklären! Wir bringen Sie später auf den neuesten Stand! Meridian ist also weg! Aber sollte dieses Ding nicht wissen, wo es hin ist? Der Kontakt mit der Geisel hat Meridian von seinem Kurs abgebracht! Es würde Jahre dauern, seine aktuelle Position zu ermitteln! All diese Relikt-Technologie um uns herum! Die Jardan müssen doch einen Plan gehabt haben! Hatten Sie denn Zeit, sich einen Plan zurechtzulegen? Okay, also... Wenn die Geisel für das ganze Chaos verantwortlich ist, sollten wir vielleicht genau da ansetzen! Und was heißt das konkret? Das weiß ich noch nicht! Wir werden darüber nachdenken müssen! Okay, wir haben zwar kein Meridian, aber wir haben die Cat aus einem wichtigen Stützpunkt vertrieben! Das ist ein großer Erfolg! Das bedeutet nur, dass wir unseren Vorteil nutzen müssen, solange sie noch geschwächt sind! Wir müssen Meridian finden! Das echte Meridian! Sam, sammle so viele Daten wie möglich! Sag der Tempest, sie soll uns abholen! Vor uns liegt jede Menge Arbeit! Vor uns allen! Komm gleich! Ich gucke nicht wie möglich! Dann wir doch noch mehr! Ich schaue mich hin! Pathfinder, sind alle wohl auf? Ja, alles bestens. Danke der Nachfrage. Das freut mich. Ihre Reise war sicher nicht leicht. Und wo wir gerade davon sprechen. Sie haben sich widersetzt. Ihre Suche nach Meridian war ein Verstoß gegen Befehle der Initiative. Und das, obwohl wir gute Gründe dafür hatten. Aber... Sie hatten Recht, Ryder. Wir hätten Ihnen vertrauen sollen. Sie haben ein ums andere Mal bewiesen, dass Sie den Titel Pathfinder verdienen. Ich war noch nie so froh, mich zu irren. Ich weiß, Ihre Anerkennung und Offenheit zu schätzen. Soweit ich weiß, gibt es noch Hindernisse auf dem Weg nach Meridian. Die Initiative wird Sie mit allem unterstützen, was Sie brauchen. Pathfinder, wenn Ihr Gespräch mit der Nexus beendet ist, würde ich gerne mit Ihnen reden. Ich glaube, ich weiß, wie wir Meridian finden können. Hm? Zu wie. Zu wie, so wie, so wie, so wie. Wie? Sie sehen wild aus. Ich habe die ganze Nacht die Datenverarbeitung, die wir aus der Regenstatt erhalten haben. Es sind sehr viele. Überanstrengend. Für einen Menschen denken Sie extrem schnell. Sie haben die ideale Ausstiegszone rechtzeitig gesehen. Naja, manchmal haben wir Menschen einfach Glück. Ich bin froh, diese Art von Glück auf meinem Flugdeck zu haben. Pathfinder. Genau Sie wollte ich sprechen. Meridian. Von seinen Schöpfern auf den Weg geschickt. Aus der Bahn geworfen von der Geiste und jetzt verschwunden. Ein unbemanntes Schiff ist den Meeresströmungen ausgeliefert. Also, stellen Sie sich Meridian als Schiff vor und die Geißel als Meer. Wenn es uns irgendwie gelingt, die Strömungen vorherzusagen und zu verfolgen, könnten wir herausfinden, wohin das Meer das Schiff getrieben hat. Das ist genial. Die Geißel ist das Meer, in dem Objekte hin und her bewegt werden. Es ist natürlich keine exakte Analogie, aber es veranschaulicht, was ich meine. Dr. Anbrows Vorschlag könnte wirklich unsere beste Chance sein, Meridian zu finden. Wenn wir mehr über die Geißel wissen, können wir sagen, wie sie die Dinge beeinflusst, die mit ihr in Berührung kommen. Das heißt, wir brauchen mehr Daten, Sonden für die Geißel, angaranische Sternenkarten. Die Initiative hat vor 600 Jahren Karten von Helios angefertigt. Perfekte Bezugsdaten. Ich kann sie mit Helios in seinem jetzigen Zustand vergleichen, aber ein Datensatz wird nicht ausreichen. Sam, was genau brauchen wir? Daten direkt aus der Geißel. Gesammelt von ein Schlüsselpositionen platzierten Sonden. Sobald genügend Daten erfasst wurden, brauchen wir Ressourcen der Initiative für deren Auswertung und Analyse. Anschließend kann ich ein Vorhersagemodell erstellen, um den Kurs von Meridian zu berechnen. Wir haben einen Plan. Jetzt müssen wir ihn umsetzen. Die Leute zählen auf uns. Suchen wir ihnen ein Zuhause. Die Leute zählen auf uns.